was passiert wo kam das denn jetzt her ich will endlich raus ich habe dir gesagt ich mag wälder nicht mein gott stell dich nicht so an laut app müssten wir jetzt hier gleich irgendwo eine straße erreicht ich hoffe es weil ich finde es hier gerade ein wenig seltsam ach schau mal da kommt doch jemand ich frage den einfach entschuldigung wie kommen wir jetzt zur nächstgelegenen straße gunzene gunzene dann geht es dort rechts hinten mit dem langenberg dann geht es dort drüben und oben drauf dort links steht monnehütte monnehütte was ich kann euch sagen das ist schön na toll ich wusste dass wir hier nicht rauskommt dass das schon wieder bitte lass uns einfach weiter gehen du tust gerade so als würdest du voll die kreaturen sehen